Konnichiwa, Twitches. Ich weiß immer noch nicht, wie es weitergeht und was das Licht von mir will. Aber, ich lauf einfach mal zu der Scheunen da. Weil ich war da drin ja schon. Oder soll ich da jetzt nochmal reingehen? Habe ich ein neues Event getriggert? Soll ich mal durch den... Ey, komm, ich lauf mal durch den Garten. Irgendwas muss es ja wollen von mir, dass ich hier in der Nähe finde. Warum kreischt das denn so? Toll. Ich kann die paar Zweige da nicht aus dem Weg drücken. Schon klar. Voll logisch. Habt euch die Hecke, ja? Nee. Ging ja nicht. Gibt es denn hier was? Hui! Hui! Was ich vorhin vielleicht noch nicht gesehen habe. Nö, ne? Hm. Es gibt einen Weg. Es gibt ja hier noch ein Gebäude. Menschen sind halt meistens in der Nähe von Gebäuden. Und da, wo Menschen sind, sind auch ihre Erinnerungen. Deswegen ist das ein ganz guter... Ich habe aufgelegt. Steven versteht es nicht. Selbst wenn er hier wäre, um es direkt zu erleben, würde er es nicht verstehen. Es muss einen Weg geben, das Signal zu konsolidieren. Es wechselseitig zu verstärken. Hm. Kate lässt Wissenschaftsgelaber ab. Okay, dabei irgendwie nach unten zu gucken, macht die Illusion kaputt, dass wir irgendwie einen Körper hätten. Aber wenn das Licht da noch rumhubbelt, was will es denn von mir? Ich war doch jetzt da. Puh. Nee, warte mal, hier bin ich doch hergekommen. Sind wir nicht vorhin da drüber geklettert? Und dann... Sind wir nicht... Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Orientierung. Frau Orientierungsamt, Hilfe. Keine Stimme, wo ich hinlaufe. Warte mal. Da oben war doch die andere Scheune, oder? Ja. Ja, da war die andere Scheune, dann gehe ich jetzt zu der. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas? Nee, das ist für die Kühe, Schafe, Tiere. Was auch immer. Muss doch noch was geben. Facepalm, weil Baum. Hey, Trombie. Warum liegt da ein Ghetto-Blaster, Alter? Ghetto-Blaster? Hier ist auch wieder... Ah, Kühe sind auch weg. Oder sind die... Oder sind die... Was ist denn das für blaues Zeug? Sind das Planen, die... Liegen da drunten? Die sind tot und liegen da drunten. Ich würde sie gar nicht wissen. Ich habe noch das Gefühl, ich werde es jetzt irgendwie erfahren. Gestern hast du gar nicht gesagt, dass sie krank wären. Oh, shit. Und wenn ich gestern Abend nach ihnen gesehen habe, ging es ihnen gut. Und als ich heute Morgen wach wurde, waren sie alle tot. Und Charlie, hast du heute schon mal Vögel gehört? Also... Da habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Meine Schwester glaubt, sie fallen überall rund um den Wreckin vom Himmel. Und Dr. Wade meint, im ganzen Dorf werden die Leute krank. Mac meinte, ich bräuchte heute nichts auszuliefern. Das ganze Tal würde unter Quarantäne stehen. Ich glaube, am besten sitzen wir es einfach aus. Das wird schon wieder, Frank. Das wird schon wieder? Ja, stimmt. Das mit deinen Kühen tut mir leid, Frank. Aber wenn sich die Lage beruhigt, klärt sich das. Es muss irgendwelche Regelungen für sowas geben. Du solltest mehr Radio hören. Es sieht überhaupt nicht so aus, als würde sich die Lage beruhigen. Ich sag's dir, Charlie. Hier passiert irgendwas Großes. Ja, aber worauf genau das jetzt hinausläuft, ist mir irgendwie noch ein Rätsel. Ich traue mal, wie lange soll eine Aufnahme sein? 30 Minuten. Ich finde, das ist eine okaye Zeit. Oh, guck mal. Da kann ich ja noch hoch. Bevor ich jetzt zu der wunderschönen Windmühle hineine. Fahre ich da auch durch. Uchi-San! Willkommen im dritten Monat! Und weiterhin willkommen in der Sublade! Hast du Spaß mit bunten Bildern, ja? Und in sechs Monaten haben wir auch wie ein wunderschönes, golden angemaltes Schubladen-Baby. Habe ich gerade Sublade gesagt, statt Schublade? Hä? Ach. Hier passiert. Hier klingelt ein Telefon. Wo? Wo? Ich kann da nicht rein. Da sinkt jemand und ein Telefon klingelt. Hä? Ich glaube, ich soll hier noch nicht hoch, oder? Hallo David oder David. Ich weiß es nicht. Wenn ein Gamer davor steht, bin ich versucht, David zu sagen. Nicht alles tut die doofen Fliegen leben ja noch. Ja, generell die Insekten und so leben ja noch. Ich habe ja schon Bienen gesehen und Libellen, die aussehen wie kleine Helikopter. Jetzt laufe ich hier einmal hinten lang. Aber hier war ich ja schon überall. Hm. Hey! Ich muss mit dir reden! Scheiße! Was zum Teufel soll das werden? Was hast du vor? Geh mir aus dem Weg. Das hier ist wichtig. Du warst bei Lizzie. Wenn du ihr wehtust, prügel ich dich windelweich, Junge. Ich muss das Muster verfolgen. Das ist entscheidend. Wovon redest du da, Steven? Die Leute sind krank. Die Vögel sterben. Meine Kühe sind tot. Wo ist Kate? Noch oben im Turm, soweit ich weiß. Ich könnte die radialen Koordinaten der Primäroszillatoren neu kalibrieren, wenn das anhält. Steven, wo ist Kate? Was ist hier los? Bleib mir einfach vom Leib! Okay. Das war weird. Aber dann ist Frank doch jetzt Lizzies Vater, weil sonst würde er sich dann... Oder? Das ist schon Lizzies Vater. Weil ne? Wenn du die Vetus bringe ich dich um, das sagst du auch nicht über irgendein Mädchen. Das sagst du über deine Tochter. Beziehungsweise sagst du zu einem Typ, der mit deiner Tochter irgendwie... ...anwandeln will oder den du im Verdacht hast. Hm. Mann, das ist mir gerade alles viel zu weitläufig hier. Ich bin auch im dritten Monat ja hin. Ist der Weg da jetzt noch weitergegangen? Ich hab jetzt gar nicht geguckt. Nö. Nicht so richtig. Warum wird's dunkel? Welchen Zeitlimit? Ehele 73 und Warzone Live. Sorry, ich hab dich vorhin irgendwie vergessen. Tut mir leid. Vielen Dank fürs Trollen und willkommen in der Vorplade. So. Hier ist doch schon wieder. Da ist doch schon wieder. Guck doch mal da. Ja. Die Energie erreichte bei der letzten Entladung ihr Maximum und war dann weg. Ich konnte das Lichtspiel um Turm 6 sehen. Gleichzeitig wurden die Kopfschmerzen stärker. Und ich glaube, ich hatte Halluzinationen. Alte und neue Erinnerungen vermischten sich und töteten auf mich ein. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch. Das spüre ich. Hm. Ein Durchbruch und die Formlosigkeit. So, wo? Kam ich... Die Straße nicht... Nee, ich kam von irgendwo... Stimmt, ich kam von... Da hinten. Das heißt, ich könnte theoretisch da hochgehen, aber da... Wo komm ich denn da hin? Schauen wir mal nach. Hey, Taloren. Was macht das Lichtlein heute? Das Lichtlein, das hängt irgendwo zwischen so einem Haus und so einer Scheune rum. Und sagt mir nicht, was es von mir will. Deswegen laufe ich jetzt auf eigene Faust durch die Gegend. Und was mit dem Hund passiert ist, habe ich auch nicht erfahren. Ich weiß nur, dass die irgendwie den Hund gesucht haben. Aber was da war, weiß man nicht. Finde ich traurig. So ein Razzifatz! Knudelattacke! Ach, schön. Hast du es kaputt gemacht? Nein. Ich mache nicht immer alles kaputt, was ich anfasse. Nicht immer. Habe ich hier nicht... War ich hier nicht schon... Oh Gott. Darf ich nochmal wiederholen, dass mir das alles langsam viel zu weitläufig wird hier? Und wie schnell sich die Tageszeiten plötzlich ändern. Guckt mal. Wusch. Die Schatten. Miau. Hier bin ich doch schon... Hier war ich doch. Ja, hier war ich. War ich auch... Ja, oh Gott. Natürlich war ich hier schon. Wahnsinn. Die reden immer von Türmen? Ja, die meinen die... Äh... Observatorien. Observatoriumstürme. Vielleicht aus Versehen auf den Lichtschalter gekommen. Könnte sein, bin ich hier schon hochgegangen. Oder hat uns hier das... Ne, das müsste ja in der anderen Richtung sein. Boah, ich bin verwirrt. Ne, hier kamen wir irgendwie dann runter. Hier sind wir dem Licht dann runtergefolgt. Okay. Cool, dann... Bleibt jetzt eigentlich nur noch der Weg Richtung Windmühle, ha? Die Türme sind Astrogationstürme. So, wie sie die Sternwarte hatten. Ja, ja. Ist doch eine Sternwarte da. Habe ich jetzt den ganzen blöden Weg zurückgerannt, den das Licht uns vorhin geführt hat? Das müsste doch hier runter... Ne, das ging da hinten lang dann irgendwie. Verwirrung. Rollen ist mega verwirrt. Ja. Das ist korrekt. Das ist auch ein total seltener Zustand bei mir. Da bin ich aber gerade hergekommen. Und vielleicht passiert hier auch auf der... Ja, ich hör dich. Was ist hier vielleicht? Ob das Sinn macht, hier hochzugehen? Ich weiß es nicht. Ich bin schon von da drüben gekommen, ne? Ich will ja alles... Ich will ja nichts übersehen. Ich habe bestimmt die Lösung für die Geschichte mit dem Hund vergessen. Also, ne? Übersehen. Das finde ich doof. Das war die spannendste Geschichte bis jetzt. Ne, jetzt laufe ich ja wieder den blöden Weg. Ich will ja auch wieder den Weg... Okay. Nur weil man einen Weg noch nicht lang gegangen ist, heißt das nicht, dass er einen irgendwo hinführt. Wo man noch nicht war. Das Level wird Kiwi mega gefallen. Äh, Spoiler! Meinst du jetzt das hier, oder... Ach so, ach, man kommt noch zum Observatorium. Naja, gut, das ist ja... Kann man sich ja denken. So. Und da drüben, ne? Ja, ja, ich weiß. Aber du sagst mir ja nicht, was du willst. Deswegen kann ich dir so nicht helfen. Hier, Taloren, vielleicht weißt du was. Ich war in dem Haus da drin. Und danach war das Licht hier. Und dann... Bin ich hier reingegangen. Und dann kam hier eine Sequenz. Und seitdem hängt es da irgendwie immer noch um. Hm. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich kam von da. Wie ist diesen Weg schon lang gelaufen? Nicht gerufen nach dir. Ja, ich weiß. Trollfoten ins Gesicht. Ja. Mit angeschärft. Backs in eins. Vielen Dank fürs Trollen. Willkommen in der Schublade. Irgendwo ist nicht... War es schon bei der Windmüll... Nö. Da würde ich jetzt hinlaufen gerade. Wenn ich... wieder weiß, wo die ist. Ich glaube, ich gehe einfach erstmal über die Brücke. Da hinten war ich noch nicht. Oh Gott, es plätschert. Okay, cool. Ich kann nur da lang. Dann schaue ich mir das doch mal an. Sie, is it wirklich? Ich kipp vom Stuhl... Warte, warte, warte. Duty, was? Warte los. Das Licht brennt einem die Netzhaut weg. Ah, guck mal. Hier ist was. In dem... Breaker, Breaker 9. Rufe auf 9. Hier ist Lost Cowboy. Ist sonst noch jemand da? Hallo? Breaker 1-9. Breaker Travelling Sherlock. Charlie, bist du da? Over. Meine... Hallo? Meine Familie. Meine Frau. Meine Kinder. Du weißt ganz genau, was du tun musst. Ich kann das nicht tun. Verlang das nicht. Du bittest mich, ihr Todesurteil zu unterschreiben. Meine eigene Familie. Verdammt, meinst du, das wäre mir nicht klar? Ich werde auch noch hier sein, wenn ihr das Zeug abwerft. Nein. Nein. Die blöden, dämlichen Mistferne. Wenn du so viele Ideen hast, komm doch her und erledige du das. Sag ihnen, die Zeit, in der wir die Wahl hatten, ist um. Sie müssen es tun. Du musst es tun. Jetzt. Oh oh. Hallo, Mino. Also ich meine, es sind ja offensichtlich Flieger gekommen. Die wurden ja offensichtlich gerufen. Aber die haben ja offensichtlich nicht wirklich was bombardiert hier. Aber guck. Wir haben einen Blindgänger in einem kleinen Bach gefunden. Das war's. Hallo, kleiner Giga. Da hinten kann ich drüber. Da hinten kann ich drüber. Oh, fiese. Ich mag das nicht, wenn es so viele Wege gibt. Ich würde mich jetzt gerne hier hinsetzen und dafür immer bleiben. Mit der Musik im Hintergrund. Ist das hier der Disney Channel? Was? Ich finde es auch sehr schön hier. Die Bomben sind auch gefallen. Schau dir die nächste Bombe mal genauer an, die du findest. Finde ich denn noch welche? Oh, oh. Oh. Haben die Lichtwesen das etwa abgefangen? Moment mal. Der Weg hier, der ist irgendwie... recht offensichtlich. Geht es hier noch weiter? Ja, hier geht es noch weiter. Aber hier geht es doch auch noch einmal im Kreis drin. Alles klar. Unter dem Mikroskop konnte man sehen, wie das Licht der Zellstruktur der Flügel folgte. Die simplen Neuronen der Insekten scheinen den kompletten Befall zu verhindern. Und damit auch die Blutungen wie bei den Vögeln. Aber Steven liegt falsch. Es ist kein Angriff. Das ist das Nebenprodukt eines Versuchs zu kommunizieren. Es wird klüger. Es lernt. Es passt sich an. Ich rechne schon bald mit einem Durchbruch. Okay, das ist auch eher eine Bestätigung für das, was wir uns schon dachten, als irgendwie eine Neuigkeit. Die Insekten haben als einzige überlebt. Und dieses außerirdische Wesen ist nicht feindlich, sondern, ja, versucht halt nur, ich will nur reden. Ich gehe noch mal am Bäumchen vorbei. Und zwar durch das Feld. Das ist schön. Man kann ja wirklich nur laufen und gucken in dem Spiel und trotzdem so viel Spaß haben. Ich warte. So, jetzt kommen wir wieder da runter. Und irgendwo in der Richtung ging es dann doch zur Windmude. Ich schaute den Disney Channel ja keine Ahnung. Ich gucke ja kein Fernsehen. Ich habe doch Twitch. Das ist viel schöner. Na? Hast mir jetzt was zu sagen? Wohl eher nicht. Mist, wo war denn jetzt dieser eine Weg, den ich vorhin meinte, wo man noch drüber konnte? Ach, Kräuterblitz, wenn das Wesen noch redet, weil das ist dann weit nicht. Päh. Ne, also, weil ich über die Brücke drüber bin, ich glaube, da gab es... Ah, ich bin verwirrt. Ich will diesen einen Weg noch laufen, den ich mir einbildet gesehen zu haben. Weil ich das Spiel bisher empfehle. Ja. Frag mich das danach nochmal. Weil ich meine, das ist ein Story-Game und ohne die ganze Story zu kennen, kann ich ja nicht wirklich sagen, ja. Mach mal. Wo war das denn? Das war auch irgendwo nach dem Schuppen da. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Also, ich finde es bisher schon echt schön und es hat Gänsehaut-Momente und emotionale Momente. Aber ich will da nicht... Ach, guck mal, hier geht es ja auch noch drüber. Ich will da jetzt nicht drüber urteilen, ohne das ganze Bild zu kennen. Ich meine, was kostet das? 20 Euro ist halt... Für so ein Spiel schon recht teuer. Aber das ist jetzt nicht das, was ich meinte, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Egal. Vielleicht ist es ja auch nur eine Sackgasse. Da ist eine Bank. An Bänken passiert manchmal was. Sie wussten es. Wade hat mich etwa sechs Wochen danach angerufen, als er dachte, ich könnte die Wahrheit verkraften. Ich werde nie wieder gut machen können, was sie getan haben. Sie war eine gute Frau, Frank. Die Beste. Kommen Sie doch wieder zur Kirche. In die Gemeinde. Man vermisst Sie. Ich hasse ihn, Pater. Ich kann nicht niederknien und etwas anderes heucheln. Und ich begreife wirklich nicht, wieso Sie ihn nicht auch hassen. Ich strenge mich an, es nicht zu tun, Frank. Passt nicht so ins Berufsbild. Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Wir müssen ihm vertrauen, auch wenn uns seine Methoden verborgen bleiben. Vielleicht bis Sonntag. Vielleicht bis Sonntag. Ganz cool. Ganz cool. Wir haben noch ein paar Minuten. Alter, die Musik ist so gut. Also es sieht bisher auf jeden Fall bombenmäßig aus. Und die Musik ist... So schön. So schön. War ich hier nicht irgendwie auch schon? Ja, irgendwie schon. Ich renne die ganze Zeit im Kreis. Da kann ich auch noch drüber. Da gibt es so Windmühle. Yay. Ist das hier ein Buch? Wie hier ein Buch. Ich würde es auf jeden Fall kaufen, nur um den Steps die Möglichkeit zu geben, das Game auf dem PC zu bringen. Ja. Dass das Playstation-only ist, ist schon irgendwie schade. Ich meine, mir kann es egal sein, aber... Hat er nicht wieder eine. Frank! Frank, um Gottes Willen! Nicht! Bleib weg! Du Mistkerl, ich weiß, was du getan hast! Wo ist Lizzie? Wo ist sie? Ich muss sie finden! Bleib bloß weg! Jemand muss sie warnen! Jemand muss es aufhalten! Du kannst es nicht aufhalten! Versteh das doch! Du hast mich okay. Aber wenn wir das nicht tun, ist es nicht nur das Tal, sondern alles, Frank. Alles wird untergehen. Du erzählst doch Blödsinn! Du kannst es nicht aufhalten! Scheiße! Noch einen Schritt näher und ich schlage dir den Schädel an. Ich schwöre bei Gott! Schon gut, schon gut. Ich gehe. Aber falls du Lizzie siehst, sag ihr, sie soll abhauen. Noch ist Zeit. Bitte, Frank. Für sie, nicht für mich. Wenn sie dir so scheißviel bedeutet, dann rette sie selbst! Ich muss bleiben! Ich muss bleiben! Jemand muss hier sein, um zu bestätigen, dass alle tot sind! Aber es sind offensichtlich, sind ja noch nicht alle tot. Es gibt ja noch welche zu retten. Oh Gott, das kann ich nicht lesen. Tom Horroch? Tom Horroch? Oh oh! Vielen Dank fürs Trollen! Willkommen in der Schublade! Warum hast du den Alarm ausgelöst? Tom Horroch? Was hast du getan? Kommt das von der Windmühle? Das muss doch vom Observatorium kommen. Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Halli! Hi! Danke, Frank! Du Horch, die! Ach, guck! Und wir kommen hier beim Rumlauf- und Licht-Anguck-Simulator. Das Teleskop läuft wieder, aber das Muster hat sich in die Linse eingebrannt. Es saugt Licht und Strahlung auf, aber es leitet sie nirgendwo hin. Ich kann nur vermuten, dass es als Energiequelle bei den Kommunikationsversuchen dient. Es braucht mehr Energie. Ich frage mich, ob ich den Empfang durch mehr Türme verbessern könnte. Sind das ihre Memos, bevor das alles passiert ist? Und dann ist das alles außer Kontrolle geraten? Und im Endeffekt hat sie alle umgebracht? Oh, scheiße, Kate. Oh, scheiße. Ähm. Ich glaube, ich mache mich dann mal auf Richtung Windmühle, oder? Also jetzt mal. Ih! Der Acker dampft. So. Aber... Ich muss ja jetzt... Oh, das ist schön. Mann, das ist schön. Ich beende an dieser Stelle den Part für YouTube. Liebes YouTube, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht. Haben wir... Untertitelung des ZDF, 2020